In seinem bedingungslosen Fürsprech für die ganze Zeit, er war einer der Was soll das heißen? Sie können Fegelang nicht finden! ...mächtigsten Männer des Dritten Reichs, auch wenn er sich im Nachhinein oder in seinen Schriften... Ich will Fegelang sehen! Nur teilweise ja so gesehen hat und auch teilweise... Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Das Sehen der Katastrophe oder dessen, wie sinnlos das alles ist, was im Moment passiert, in diesen paar Tagen, die dieser Film spielt. Verrat! Bringen Sie mir Fegelang! 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 Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Dann machen Sie die ganze Zeit!